ich rede halt vor mir hin damit ich das behalte und damit herzlich willkommen zurück zu das factory okay ich habe hier noch überhaupt gar nichts angeschlossen gehabt das habe ich jetzt mal angefangen zu fertigen damit hier zumindest mal alles hier voll wird also hier quaz kristall wird ein bisschen dauern kabel sind schon voll hier vorne wir waren hier wir wollten noch was heißt mir ich wollte noch 14 assembler okay um das jetzt nicht mal fabrikatoren wollte ich bauen fabrikatoren nicht assembler abgatoren so 14 stück die eisenplatten kommen von von der mitte und das soll nach außen raus gehen es ist okay soweit wenn das von der mitte kommt könnte ich die ja eigentlich hier auch mittig aufstellen dann hier raus 14 stück okay blub blub hallo wieso warte kann ich die nicht bündig setzen doch bestimmt aber irgendwie auch nicht ne 23 muss weg 4 5 6 7 6 und 7 ja super und das gleiche gegenüber was ich hier an sprit verbrauche ne das das hat ja mit umwelt überhaupt nichts mehr zu tun andersrum so passt das so ja passt okay die eisenplatten kommen hier ja bündig raus das bedeutet an hier förderband splitter hinbauen es geht mittig das richtig geht daraus ja es ist ein förderband splitter aber das kann ich ja von der anderen seite ja das mache ich von der anderen seite okay gut okay 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 2 2 3 4 5 6 7 wo ist meine frau geblieben plötzlich ist sie nicht mehr da ja hopps hat rollala äh ne ich weiß das geht nicht so aber hier kommen die eisenplatten kann man 241 das reicht ja dann ein dreierband so dahin dahin dann wird es natürlich jetzt mit dem draht wird es ein bisschen schwierig weil ich brauche ja 483 draht wenn der kacke das ist schon nur ein 480 band und ich muss das ja unten auch noch irgendwo spielten 483 draht da brauche ich echt zwei lines ja brauche ich warum habe ich die in der mitte gebaut weiß kein mensch wir müssen ja erstmal weg nein ja die müssen weg ich muss ja jetzt wird es kompliziert weil also das eisen came und nähe der draht kämen dann von da ne und zwar so ich baue erstmal die äh ne die anderen kann ich dann äh bis auf den letzten den würde ich dann wieder anders bauen oder den ersten ich weiß es äh hm warte mal hab ich die doch falsch gebaut natürlich hab ich ihn ja 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 naja du hast da das passt dahin ähm warte dahin äh da ist richtig hier noch einen hin er natürlich nicht ständig nicht dahin okay und jetzt ich kriege ja nur 480 hier reingeballert also 480 es werden gebraucht man was will ich hier herstellen alternativ geklebte nene genietete eisenplatten so ich brauche 37,5 draht die minute 37,5 draht sagt mir jetzt gar nichts aber ich mache erst mal was ding wo lang wieso verändert er sich jetzt doch man zwei drei vier fünf die letzten beiden also den er kann ich auch so machen würde ich dann von unten machen wir werden das sehen ob es klappt die weg und 480 von der einen seite überschuss unten dann noch mal an der anderen seite ich werde ich werde mal gucken irgendwie muss es gehen okay der überschuss klar und hierhin so ne hier kommt der draht drin mit dann ne ja hier so weiter geführt bis auf den letzten weil da fehlen noch genau drei draht oder sowas das ist der letzte es geht so nicht jetzt kann ich unten die anschließende ja falsch 4 mk4 also mark 4 auto safe oder wie es auf deutsch heißt version ihr ausbaustufe 4 wie ihr das gerne nennen wollt aber ok alles gut so ok man muss hier mache ich das denn das kann ich ja so gar nicht machen geht ja gar nicht das geht ja gar nicht was habe ich mir denn dabei gedacht von der seite komme ich nicht ran ich komme von hier nicht ran menno ich muss mir das mal kurz nochmal neu überlegen ok idee das kommt hier weg na und ich lege das hier hin also nach oben das eisen ok ok jetzt habe ich hier natürlich alles angeschlossen ok dann machen wir das mal wieder weg ok wo es ist hier ist natürlich noch eisenplatten drin macht aber nichts ich mache dann die eisenplatten von oben das bedeutet die dinge hier oben müssen wieder weg ach man die eisenplatten oben kommt ja das kann das loch kann bleiben und die eisenplatten kommen oben werden dann muss hier alles neu machen alles komplett neu ja ich baue das mal eben ab also die eisenplatten sollen hier oben ankommen und die anderen von unten aber von der anderen seite ich mache erst mal eisenplatten kommen oben so kann ich ja komplett erst mal noch mal inbauen falsch die müssten dann von unten kommen also von da ich das mal zuerst leute 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 habt ihr datensystem drin ich bis jetzt noch nicht ich dachte dass von links nach rechts und rechts also von außen nach innen von innen nach außen dass wir eigentlich ein gutes system ja hinten auch gut funktioniert nur wenn wenn man sachen splitten muss dann wird es kompliziert also wenn ich ja mehr als 480 was man band ja nur hergibt wenn ich das machen muss und wird es echt kompliziert so wäre jetzt dann das letzte mal wo von unten dann mama ist nur so das problem war halt ne ihr habt gesehen da waren band im weg konnte also wegen dem band da konnte ich halt hier nicht von unten an das obere ding hin und das muss ich schon der erste mal der erste ist der erste das ist der erste und sogar stimmt so und da vier kommt hier oben lang okay ja jetzt glaube ich wird das auch funktionieren und ich doch nicht weiß wie ich unten dass der muss weg okay die oberen und dann die unteren müssen weg sprich die genau die müssen weg was sollen neue tiere kommen update 7 sollen neue tier also ein neues tier ich sag neue tiere ein neues tier so kommen so dann die gehen aus der reingang ausgaben ausgaben kommt von unten alles kommt von unten okay gut ja dann ist das ja eigentlich okay ich schließe jetzt erstmal die an naja dann zeig dich immer das gleiche problem hier was ist für nichts von hier oben macht auch nicht das passt schwierig anzuschließen komplett aber das sind von da auch nicht die sind verbunden er von oben geht gar nicht das sieht nämlich kacke aus ich muss es von unten nach oben machen nee da verbinde dich verbinden wir dich nein da und schwierig ein dieser ausgang bitte es kann dieser ausgang an jetzt ach hin es gibt es doch gar nicht von oben geht es nicht von hinten geht es nicht von vorne geht es nicht überhaupt nicht ich bin zu nah dran klar das ist nicht wahr oder da war es kurz da war es ganz kurz dann sind das nur so ein paar ich hier gleich die krise zeige auf den ausgang aber man muss wohl irgendwo anders hin zeigen klar oben geht unten unten ich will es unten hallo geht es da genau ich will es dahin und noch ein noch ein bitte ja passen sehr gut geht es dir besser ob ich denn jetzt hingezeigt dass es direkt funktioniert hatte hallo ne 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 okay weiß nicht wie ich das machen soll okay vielleicht es schifft die lösung aber auch nicht ne weil hier ist rot angezeigt ach komm jetzt macht das ich mache es mal eben fertig ich muss hier auf die maschine gucken und dann geht's äh ja verdächtig ne also ich muss also auf die maschine gucken und dann geht's nicht auf den ausgang darf nicht auf den ausgang gucken ich darf nur auf die maschine gucken so passt müsste hier eigentlich eisenplatten drin sein ne hat noch keinen strom alles gut aber eisenplatten gehen hier ausgehen darin ok kann die auch schon mal anschließen so das andere will ich dann später einstellen irgendwann weder eigentlich irgendwann und gleich irgendwann verbunden 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 dennoch dennoch äh ja dennoch 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 ok also bis auf den letzten hier bis auf den hier will ich will ich ne ok hier kommen die acht und das wäre dann hier am schluss ne und die anderen die kann ich wieder zusammenfügen warte das ist der letzte ne also warte der hier nicht ne genau aber alle anderen die kann ich äh jetzt miteinander verwenden hoffe das passt so dann läuft das band in die richtung ja das ist wichtig das ist komplett ok ok so ok so ne ok so wenn er das ähm so ähm jetzt brauche ich doch nur noch die kabel die von unten kommen hier irgendwie gut aufzuteilen ok ich brauche nur kurze pause ich bin gleich wieder da ok ähm wir brauchen hier 480 mhm die kommen dann äh ja ja also von da kommen ja 480 und zwar sollen die hier hin huh schwierig äh das überschneidet sich jetzt echt nochmal ja egal hier kommt weiterlift mk4 hin so das kommt hier ran ich hoffe es ist gerade das hier wäre gerade 1 zurück sieht nicht gerade aus aber es ist wo gerade ich habe aber hier überschuss ähm der muss da oben hin ok mhm da mache ich mal einen intelligenten splitter vielleicht hier ran man muss das ganze dann hinten rum legen naja wird ja das geht schon das geht schon das geht schon intelligenter später kommt hier hin wenn ich nicht ständig q drücken würde statt w äh 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 intelligenter splitter ja genau den mache ich hier hin und zwar darin raus 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 ok hat er das jetzt geteilt ne hat er nicht so hier hin von hier da hin ok ok und dann äh sind ja nur boah was weiß ich ganz wenige die hier hinten hin müssen also da die hier lang die richtung und werde das dann irgendwie hier ah ja ich muss hoch alles gut alles gut alles gut hier hinten dann nochmal hier äh hier und da und dort und was weiß ich denn das ist doch nicht gerade das sieht gerade aus ok ich brauche nochmal ganz normalen lift warte 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 äh natürlich eingang ne hä wie raus wie raus da oben was falsch eingestellt warte wo solltet der eingang hin hier ne genau dann habe ich den wohl falsch gemacht ne heute wollte da hin ach so ach so ach so der ist dann aber falsch gut der muss nämlich äh anders ausgerichtet sein ja gut ist jetzt egal bis dahin okay jetzt müsste das gehen wenn ich hier unten so ein lift ein bau aber natürlich nicht ein vierer sondern ein so reicht doch so na komm so dann passt das auch ne warte so wenn ich den da oben lassen so könnte ich eigentlich leider habe ich den boden falsch eingeschätzt ne ja ja passt nicht ja super kommt ihr überhaupt was an ich habe ja noch nichts eingestellt aber ich bin wieder weg ok mach den auf dem boden so dann kommst du hier runter ist dann gerade ja ist es ok dann muss ich jetzt nur noch den splitter unten ein stellen und zwar den hier den da ne genau geradeaus ist äh draht draht von links ist Überschuss Überschuss ne jetzt sollte hier was rauskommen ja tut's auch sehr gut gut so weit so gut dann sollte das auch funktionieren insofern dann irgendwann strom da ist ja ich muss mal kurz auf klo fühlt sich an wie minecraft musik im hintergrund oder naja ähm ok alles angeschlossen ja wir kommen hier raus 75 das ist nicht viel ne und die 75 das sind die einzigen die dann noch da hinten fehlen äh ja die frage ist passt das wir werden das sehen ja ja boah was dachte ich 75 ne 72 reicht ja ein dreierband 70 nur 75 ne eisenplatten oder in dem fall genietete eisenplatten ok achso wir machen ja gar nix ne äh strom strom wie konan das sagen würde strom ein bisschen strom das ist immer so eine sache dieser strom ne dahin dann da das ding wäre da und das wäre wieder da passt das ne passt nicht muss weiter weg muss eher dahin ne also groß kurz 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 lang keine ahnung wie nennt sich das beim morsen kurz kurz lang lang falsch angeschlossen äh falsch angeschlossen äh äh sorry wenn das jetzt übersteuert war tut mir leid ich werde das mal kurz anschließen anschließen nicht kurz schließen äh nicht vergessen Mann das hätte hier alles einen rüber gemusst ach Mist brauchen ja noch fusionatoren hier jeweils äh zwischen den dingern da ne äh wo müssen die hin ja in die mitte ne ach ach Mist ja das ist echt zum mäusemelken okay erstmal schließe ich äh die verstärkten eisenplatten an die würde ich dann hier nochmal fusionieren in der mitte irgendwo da vielleicht so äh ja kann man machen ähm das ist echt ach man ist das kacke ist das kacke da hin es ist jetzt ich das noch gebacken hm man weiß es nicht ach man ist er also planung ist alles aber im plan wenn ich ja nicht versteckte eisenplatten ne ja so ne komm an gehen dann da runter ok jetzt brauche ich aber hier auch noch fusionatoren und zwar ganz viele ne ich muss die hier anfangen geht nicht anders äh zwar ich die da unten raus machen so super eng mag es nicht aber es geht nicht anders ich habe gar nicht gedacht also nicht drüber nachgedacht dass hier auch noch unser zeugs raus muss ne so ähm der ist ja wohl falsch ne so kann ich hier noch ein band dazwischen packen das ist die große frage ne oh ja kann ich kann man äh das sieht hier ein bisschen kompliziert aus was es auch ist das hier ist total äh daneben na weil das ding bald steht äh ok ähm ja da habe ich scheiße gebaut ja wie immer halt ne wir kommen da raus 29 mann 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 also 29 hier nicht das thema da hast du so viele von den äh konnten ähnlich konstrukturen von den von diesen ja dicken teilen und es kommt nix raus es kommt halt nix raus so kaum was genau vor allen dingen mal zwei gebaut ja hammer äh so ne und mann möchte gerne dass heute wenigstens mal richtig gekommen also quarz oszillatoren hätte ich gerne mal fertig gebaut ich habe wirklich über den platz hier keine gedanken gemacht ich dachte ja die kann ich bauen ich hatte aber ja den ausgang noch nicht definiert wo die sachen hingehen und ja das war das problem ja gut hier ist es ein bisschen eng klipp ein bisschen ineinander ja auch nicht zu ändern ich werde es nicht mehr umbauen können das ganze um eins versetzen was ich aber nicht machen werde auf keinen fall niemals da nie nicht ich habe die eisenplatten noch gar nicht angeschlossen ne okay das kann nicht sein das kann nicht sein okay das kann nicht sein okay der muss weg so 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 genau da ist einer drin da ist so also wenn es heute nicht klappt das ganze fertig zu machen dann weiß ich jetzt auch nicht ne was fehlt jetzt nur noch ist alles am strom angeschlossen ja es fehlt jetzt nur noch der ausgang ein eingang stimmt da steht noch ein eingang und zwar für das hier für die verstärkten eisenplatten die sollten eigentlich irgendwo hin und zwar wollte ich die die hatte von da stärkte eisenplatten gibt es dann ausgang es ist der ist es der wir werden das gleich sehen die verstärkte eisenplatten dann kommen sie sehr gut genau und die müssen halt jetzt hier lang da ist ja platz ruhig ein bisschen mehr so was weiß ich so bauen dann hier lang ne warte hier lang und glaube dann fast ich wollte fachsam sagen aber naja ich sage mal fast fast also falls hier jemanden tutorial erwartet wird dich passieren nicht bei mir aber man kann sich angucken wie es halt nicht funktioniert ich habe schon ein paar mal gesagt aber ist halt so so verschlackte eisenplatten kommen gehen darin und dann sollten jetzt gleich die ersten quarts oszillatoren vom band lauf dann okay hier alles klar gut kommen die raus andere seite muss ich noch machen mit ja fusionatoren brauche ich fusionatoren oh man ich ich jetzt wir haben schon fast wieder eine stunde durch und ich bin immer noch nicht fertig damit das kann nicht sein das 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 ist wichtig natürlich nicht o ist so was wenn ich so viel okay er muss gehen irgendwas nicht am strom angeschlossen das wäre noch vielleicht ein problem ansonsten müssten hier gleich doch was oszillatoren rauskommen die brauche ich doch um zu forschen ich brauche die ich glaube um computer zu machen die braucht man ohne ende passt sogar wie 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 keine eisenplotten mehr moment war jetzt diese seite noch anschließen dann sollte das passen oder okay diesen hier noch ich hoffe das läuft dann richtig gut durch ich hoffe es war richtig durchdacht aber wie ich mich kenne wahrscheinlich eher nicht na na komm richte dich hier bitte aus so da kommen immer nur ein zwei raus eingang ausgang des rechts ist ja beschissen was ist das ich habe gespeichert und schon ist es wieder total daneben der ausgang sollte hier sein in meiner richtung wo ich jetzt hingucken man ich habe alle falsch gemacht aber warum warum habe ich das getan okay gut logistik fusionator wenn ich nur mal die richtigen knöpfe drücken könnte knüpfen ihr wisst was ich meine so soll nach da raus hier mittig damit ich muss doch gehen muss doch irgendwie gehen wir wollten das heute fertig bekommt aber ich brauch die dinge um ja die motoren aufzubauen glaube ich wenn nicht auch nicht übel aber naja wenn es dann irgendwann hinbekommen ja 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 es bleibt aber nicht immer da wo es nappen soll so also hier so das geht beim nächsten mal ist wahrscheinlich nicht mehr so tolle okay geht auch noch äh da noch hin äh leute mhm und ihr schön bauen er ist es bis jetzt noch nie gelungen damit sich ja dann dürfte ich ja gar keine anderen videos mehr machen außer das factory ähm ja so 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 es klappt schau mal okay 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 da noch da da noch nein doch da und da hinein da hinein und dann würde ich das ganze mal da hinten auf das hauptband wieder einfädeln ein fädeln ist gut ne aber nicht eher ich hier ähm also ich hinten das äh sagen wir mal konfiguriert habe ich habe das so kompliziert hier gebaut also eigentlich war gedacht dass hier eins in anderen ja mündet was aber gar nicht geht weil ich hier halt komplett nur mit den bändern verkackt habe müsste zum beispiel sagen wir mal für die computerfabrik müsste ich ja äh modulare rahmen und sowas ne müsste ich ja auch irgendwie anschließen aber die kommen ja von ja von einer seite dann muss ich da wieder ein band hin packen und es wird echt immer immer unübersichtlicher sag ich mal so so okay der ist falsch der muss hier hin ähm und dahin die frage ist warum kommt hier nichts raus weil verstärkte eisenplatten fehlen warum fehlen verstärkte eisenplatten verstärkte eisenplatten gehen wohl an kabel ist da in der mitte in der mitte kommen die verstärkten hier kommen ein paar an cool fern in der mitte und und in der mitte in der mitte in der mitte hier kommen paar an und da in der mitte in der mitte okay und nicht viel aber eigentlich wo sind die verstärkten eisenklatten die kommen hier an okay staut sich hier irgendwas dann denke ich mal dass ich das irgendwann hier austariert ja müsste eigentlich so sind okay gut ich werde hier mal ein und den ein oder anderen hier das zeugs so nehme ich mal mit dann würde ich ein fusionator hier hinter bauen vielleicht in die richtung naja vielleicht so und und das gleiche hier und zwar jetzt hätte ich das gerne auf das band ist total überfüllt wenn das auf das band packen nee das geht nicht dieses band reserem geht und das geht links rum also bedeutet das ich muss ich schließe ich denn das an lass mal kurz überlegen okay also ich das jetzt hier anschließe würde ich eher mal hingehen und hinten mal es konfigurieren nicht dass es direkt geschreitert wird das wäre ein bisschen doof ich würde dann von rechts kommen das ist ja total wäre was ich hier machen also okay hier raus wird dann hier mal geh weg da würde ich sind sie so sind sie ich habe doch ein paar runter genommen sind dahin sind sie halt nicht da ist mir egal ich herunter und dann stelle ich hier kommt ihr von der seite von der seite würde ich einstellen bestimmte keine da würde ich einstellen quats war das ist unbestimmte überschuss und hier unten was wir einfügen da musst du doch macht er nicht was darum der stadt c und hier einfügen funktioniert okay gut ich hätte was vom band genommen habe ich wohl nicht ja kann passieren jetzt schließe ich das gleich an und so das band was hier sieht total verwirrend aus ich weiß es aber nicht anders zu machen es ist natürlich anders zu machen aber wen interessiert das was hier noch mal dahin jetzt kommen die quats oszillatoren hier langsam vorbei was heißt langsam ihrer band der kommt die kommen schneller an als er produziert werden aber okay wir haben die quats oszillatoren fertig das war echt das war echt voll schwierig dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal gehabt euch gut und tschüss auf